und wir machen nun hier spannend weiter wir sehen jetzt endlich mal ein langbein das heißt ich könnte jetzt auch gleichzeitig mal auf die karte gucken okay notizbuch warte was haben wir hier sind nur objekte ja stimmt weil ich mir ein paar rahmen angeschaut habe zwar hier so verdorbene zone das haben wir auch gemacht ja ja bla bla unterversorgt stufe 10 eine krawanne ist ohne anständige motion eine gefährliche route unterwegs ohne hilfe ist sie dem untergang geweiht erledigt die maschinen bevor erledige sie erledige sie bevor sie die krawanne übernehmen ok stufe 10 so warte jetzt haben wir noch das eine tutorial noch na warte wo ist es dann tutorial so langbeiner schocke schock anpflege maschinen mit schockbomben ok so haben wir denn jetzt auch die waffe denn dafür ausgerüstet was war was braucht man dafür eine die die karte schleuder ok ausrüstung karte schleuder die haben dabei ok aber wo unten ok schockbomben schockbomben geschickbomben welchen oh Number two w faut Tja, jetzt machen wir das hier noch. So. Entschuldigung, muss erst mal alles einsammeln. Entschuldigung. Entschuldigung. So. So. Hinten ist noch was. Hinten ist noch was. Aber wir können ihn nicht verfolgen. Dann mach ich das für euch. Aber diesmal. Gegen Bezahlung. Das ist in Ordnung. Bring die Liedkerne zurück und ich zahle. Also gut. Ich kann immer noch nicht da hinschauen, wo ich hinschauen wollte. So, ich hab ein Waschbecker getötet. Yay. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Hallo, Dirit. Wer bist du? Die Karawane schickt mich. Karawane? Welche? Die Sabotierte. Du dachtest, keine Sprengpfeile, keine Überlebenden, keine Zeugen deiner Tat. Hör zu, Fremde, ich hab Schulden. Wenn ich nicht zahle, werden die mir den Kopf abreißen. Ach, come on, ich wollte mir was zu drücken holen. Video macht sich unsichtbar. So, Pürscher. Ein laufender Gegner mit lichtablenkenden Tarnfertigkeiten. Sprengmaschine aus einem starken Ferneangriff. Körper. Harte Ausländer, die das symptomische Muskeln und Betriebssysteme schützt. Okay. Schwäche, Schock, Stärke, Keiner. Pfeilgewehr. Das Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert den Pfeilgewehrfernangriff. Minenwerfer. Die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert den Sprengminenangriff. Tarngenerator. Die Zerstörung dieses Bauteils deaktiviert die Tarnfähigkeit. Echo-Hülse, Metallgefäße, Metallscherben, Zünder, Draht, Maschinen, Kernmittel, leuchtendes Geflecht, Pürscherlinse, Pürscherherz. Zeig dich. Okay, warte mal. Ähm. Ich habe jetzt gerade welche Maschine gesehen? Nein, die war es nicht. Pürscher. Oh. Oh. Das war's, das war's, das war's. Oh! Nein! Ja, ja, ja. Na komm, geh jetzt drauf jetzt! Ja, ja. Endless! Ja. 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 Wo ist er denn jetzt? Seid? Die Carwalker. Leben sie. Ja. Ich kam rechtzeitig. Ah, danke. Wenn ich jetzt die Sonne umarme, verbrenne sie, meine Sünden. Zu schade. Immerhin hat er noch Reue gezeigt. So. Darf ich jetzt endlich mal in diese komische Hütte da? Wo ist denn die jetzt? Aha. So. 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 Ciao. Ciao.